Mein Name ist Melanie Beck vom Landhaus zum Falken in Tauberzell. Jeden Donnerstag und Freitag können Sie bei uns die hausgemachte Bratwurst zum Essen bekommen. Unter anderem haben wir auch eine eigene Imkerei, Weine aus dem eigenen Weinberg, Traugensaftschorle für die Autofahrer und als besondere Spezialität in unserem Haus eine Schnapskarte mit ungefähr 250 Positionen. Darauf finden Sie nicht nur verschiedene fränkische Edelbrenner, sondern natürlich auch unsere eigenen Hausschnipse. Da wäre zum einen die klassische fränkische Zwetschke, die hier in Franken als Verdauungsschnaps jederzeit ganz bekannt und ganz berühmt ist, mit einem besonderen Aroma. Die klassische Zwetschke ist mittlerweile doch schon ein bisschen einem neueren Gewichen und zwar der roten Zwetschke. Diesen Schnaps setzen wir selber an. Er ist nicht so stark wie die klassische Zwetschke, sondern eben dementsprechend ein bisschen milder und auch so ein perfekter Schnaps für die Frau. Unsere Medizin für jeden Tag, wie wir es immer sagen, ist unsere fränkische Birne. Wir haben einen Obstgarten mit diversen alten Birnensorten. Diesen Schnaps verwenden wir bei jedem kleinen Magen zwicken, sag ich jetzt mal, als Medizin gerne auch selbst und natürlich für unsere Gäste. sehr zum Wohl. 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 Wohl.